So Freunde, willkommen zu einem kleinen Info-Video und ich zeige euch dafür einfach mal meinen epischen Desktop, den ich vor ein paar Tagen gefunden habe. Ich finde das Bild echt krass, aber egal, darum geht es nicht. Es geht um VarioLand. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ihr da nicht so viel Bock drauf habt und das nimmt mir auch so ein bisschen den Bock ab, daran dieses Projekt überhaupt hochzuladen. Und ich möchte einfach mal so einen Test machen. Und zwar habt ihr quasi, wenn ihr irgendeinen Grund habt, dass ich das Projekt weiterführen sollte, also wenn ihr das gerne möchtet, dann könnt ihr mir bis Mittwoch einen Kommentar unter dieses Video tun, worin ihr einfach sagt, dass ich das weitermachen soll. Nein, ich möchte es nicht verbessern. Wow, danke schön Windows, dass du mir mein Video so schön unterbrichst. Naja, ihr könnt mir schreiben, dass ich das weitermachen soll, aber wenn bis Mittwoch nicht zwei Kommentare zusammengekommen sind, dann würde ich sagen, lösche ich das Projekt einfach, weil ich möchte nicht hochladen, was ihr nicht sehen wollt. Das finde ich unsinnig und das gefällt mir einfach nicht und naja, egal. Ciao!